Katzis. Na, seid ihr böse? Ja, genau. Weil, also wenn ich sage, seid ihr böse, dann meine ich, seid ihr sauer, also böse auf mich sozusagen, nicht seid ihr böse, weil ihr böse Katzen seid. Manchmal sage ich auch böse Katzen, weil ich das süß finde. Also meine Katzen kennen das Wort böse nicht als etwas Schlechtes. Ich glaube sie, ich weiß nicht auf welcher Ebene sie verstehen, dass das böse Wort böse bedeutet, aber sie scheinen nicht sauer auf mich zu sein, wenn ich sage böse. So, weil es da mal so einen Kommentar gab, dass die Katzen wahrscheinlich denken, ich würde sie immer als böse bezeichnen und dass das denen nicht gefällt. Ich glaube nicht, dass meine Katzen verstehen, was das Wort bedeutet, weil ich das auch immer sehr lieb sage. Aber was ich sagen wollte, meine kleine Kuh, du bist ein Carnivore, Cosmo. Carnivoren essen Fleisch. Ja, Fleisch. Guck mal hier. Hör auf, den Rasen zu essen. Hier ist ein Stück Fleisch für dich. Hallo, du bist keine Ziege. Katzi. Gucken. Da, Fleisch. Yay. Apollo, ich weiß nicht, ob er jemals erfahren hat, dass er auch ein Fleischfresser ist, aber auch wenn er da so neugierig hinguckt, er würde niemals das Stück Fleisch auch nur anlecken. Er ekelt sich davor förmlich, wie auch vor fast jedem Nassfutter. Ich weiß auch nicht, was das ist bei ihm. Aber er ekelt sich, als würde ich ihm Gift anbieten. Und dieses Kätzchen hier hat schon wieder fast alles aufgegessen. Überall. DJa. Spaur Edge.